So wie schaut es da aus? Haben wir alles besetzt? Okay. Jetzt, endlich! So, Moment. Schauen wir uns hier erst mal das. Dann hier noch. So, jetzt tun wir das gleiche auch machen. Die Zentimeter den Krieg erklären. Die sind alle nicht dabei, das ist okay. Ja, wir haben ein bisschen Stabilitätsprobleme, aber das ist kein Problem. Das verringern wir dann auch gleich noch. Auf geht's! Auf ein neues! So, lass mal Belagern gehen. Die Hauptstadt. Gucken wir uns die erst mal. In der Zwischenzeit sind beide beziehungsweise mit Österreich. Und... Ja, doch eigentlich Ungarn, ne? Die wollen uns belagern, okay. Ich habe einen Belagerungsgeneral, die nicht, okay. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Mal ein bisschen beschleunigen. 50 atmen? Ne, das verliere ich ungern. 75, okay. Über ein Durchgangsrecht? Gerne. Vielleicht machen die ja für uns die Armee glatt. Gut. Mal abberufen. Da haben wir schon. 2. 5. Sachsen, Ungarn, Österreich, ja. Kuhn, die Beziehung verbessern. Oh ja, haut ab, ist aber schön. Guten Tag, seid wieder da? Oh, sehr schön, Belagerung gewonnen. Ich habe keinen Zugang, ne? Ne, warum auch? Das Licht aber halt okay ist, passt. Na, was machen die Osman? Belagern die ja da unten auch schon? Nö, aber da, okay. So, wie schaut es hier aus, immer noch mit Serbien verwendet. Und leider Beziehung ausgebaut, passt. Belagern sie uns wieder. Das macht aber nix, wir haben die bessere Belagerung. Die Renaissance ist da. Oh, sehr schön. Wir haben ja gleich noch eine Stufe bekommen. Hm. Äh, einfach einen Moment einberufen. Äh, brauche ich noch einen General? Ne, brauche ich nicht. So, die Festung ist auch gleich weg. Ah, Livorno tritt Golding an. Den sonst ab, okay. Ist da noch ein Krieg? Dänemark. Danzig ist gar nicht gekommen. Okay. Auch schön. Wow. Holen jetzt kurz mal. Dann können wir mal abrufen. So, was ist da am Böhm los? Für einen Krieg oder was? Ja. Gegen wen campen die so? Okay. Hm. So, da sind wir auch gleich durch. Was haben die so für Generäle? Eher schlechte? Jetzt immer noch der Köche. Äh. Joa. Was? Die hat so eine Mark gemacht. Können sie sich mal entscheiden? Ah. Die hat ein Personal und Junge gemacht. Verdammt. Was? War ja wieder klar. Das ist ein Problem. Hallo. Kann ich mal da durchgehen? Boah. Sag mal. Was wollt ihr jetzt bei mir? Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Dann gehen wir mal da hoch. Ja genau. Besetzt mal. Haha. Geil. Das war aber Glück jetzt. Was? Sehr, die macht ein Angebot. So, so. Verpisst euch lieber. Äh. Okay. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ähm. Ach. Kriegsteuern könnte ich mal hier heben. Und jetzt hier mal. Ich will einen Naschnetzeck aufbauen. Oh. Die war aber schnell weg. Wie geil. Startseher aus Litauen. Gerne. Komm. Haus weg. Ja. Ähm. Weg. Die ist automatisch weg. Nitsch. Okay. Befreien das halt. Ja genau. Komm. Macht sie fertig. Sehr schön. Jetzt braucht er auch nicht mehr kommen eigentlich. Jetzt ist das auch nicht mehr nötig. Anatomie Saal. Hm. Das Tisch verlieren ist doof. Oh. Oh. Ah. Waren das. Ich hab eh keins. Also. Borscht. So. Besetzen wir das mal. Na. Poma hat Polen. Die krieger Claire. Okay. Oh. Unherrenhaftes Pack. Uh. Vielleicht lassen wir ja Muldadien frei. Das wäre natürlich super. Nein. Ganz bestimmt nicht. Wir müssen hier zurück. Der ist schon geblündert überall. Dann bleiben wir hier. Wir können eine neue Regierungsform machen. Machen wir mal. Steuereinnahmen. So. Jetzt würden wir alle Frieden machen. Ich hätte gern. Dem was sein. Das geht aber nicht. Also lassen wir das. Jetzt. Wir warten einfach bis die. Bützer in China aufgegeben haben. Mh. 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 Soll ich das machen? Mh. 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 Es geht aber dann auf die Korruption wahrscheinlich. Wäre aber schon gut. Wär aber schon gut. Warten wir noch ein bisschen. Warten wir noch ein bisschen. Mh. 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 Wie ist das hier auch Albanisch? Nee. Fak наy. Soll ich die zum Vasallen machen? Nee. nicht wirklich Moral könnte ich schulen da wird fleißig geblündert Schaut es hier aus, immer noch nicht gefallen, ok Master und Kanta kämpfen die bin hier mal gespannt was das wird Kirchenstart Margezin verbessern, auch wenn wir orthodox sind ein guter Grad zu eingöttern ist immer gut hätte ich mal gesagt so, gibt jetzt mal hier die jetzt mal auf oder Schatz Eil Ja ja, macht nur Friedensangebot Frieden machen, los Nein, nicht ich, mit dem anderen Na, geht doch, danke Genauso habe ich mir das vorgestellt So, ja, stimmt So funktioniert das nicht So, ein bisschen Plündern Ende des Rosenkrieges, der ist auch vorbei, ok Mal alle sammeln da Und zusammenziehen Oh, achso, kein Diplomat Das ist natürlich ungünstig So, liebe Leute Machen wir dich mal zum Basalen Dein Geld nehme ich Die kann weg mit ich, nee Und den Neko, nee Kann die Provinz nicht nehmen, ja Also mach ich jetzt den Vassal Einmal All den Geld Sehr schön So, ein neuer Vassal ist auch da So, ich kann jetzt keine Ansprüche machen Das habe ich vergessen So, hier mal Ansprüche machen Ähm Ähm Äh Geht's durch Kann ich keine Dinge machen Keine Wie heißt's So, Schulden kriegen Haben sie keine Die haben keine Schulden Bart wundert mich jetzt Jetzt Rossingen Dann gehe ich schon mal Da in den Kriegerkehr Da ist schon wieder Der Friedensvertrag rum Wenn die Erden niedrigen Dann kriege ich aber Keine Provinz Ne Geht's dann Ne Das machen wir nicht So Renaissance Sage Drop Dann Machen wir hier erst mal Entwicklung ankurbeln Dann bringen wir die hier mal alle auf 10 Das kann ich wieder machen am 28.08. 58.08.19 so Albanien ist weg. Neu Tech, da erwarten wir noch. Die haben wieder eine Armee, sehr schön. Ich hoffe die machen da gleich Ansprüche. Zwei Regeln da ausheben, das ist schön. Wie schaut es da aus? Oh, sind wir verlieren, das ist gut. Vielleicht lassen sie ja Moldavien frei, das wäre jetzt sehr günstig. Für Nahe, die wollen es da nicht etwa umwandeln wieder. In den Herrscher beschwünftigen. Möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Geht mal hier rein. Hm, Inflation. Ja, geht mal her. Wann war das? 58, 8. Okay. Kann ich nicht die Punkte übertragen, ne? Das geht nicht. Dann bauen wir hier nochmal eins auf. So geht nicht. Wir lassen sie ja Moldavien frei, das wäre optimal, wäre das. Dragusa. Nee, brauchen wir nicht. Hast du einfach Albanien eingemacht? Uh, uh. Natürlich auch optimal, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden. Mach mal lieber hier auf Bosnien. Das wäre schön. So, das sinkt weiter. Wunderbar. So, wie lange hält der noch? 71. Das ist da oben. Die finde ich unabhängige. So, die würden wir uns noch einigermaßen, ja. Blanky Ostmann uns den Krieg nicht erklären, ist alles gut. So, wie schaut's da aus? Kon am verlieren. Ja, aber gewaltig. Hoffen wir mal das Beste für uns. So, die ziehen da hoch anscheinend. Karaman besetzt da unten schon wieder. Oh, hier waren wir ja durch. Machen wir mal Fortschutzbemühungen rein. Was ein bisschen schneller fahren geht. Kann zwar nicht viel sein, aber besser als nichts. Aha. Das ist nicht gut. Das ist teuer, ne? Haha. Die haben ja richtig die Arschkarte jetzt. Ich glaub, wir ziehen mal hier rüber, hm? Wie geht's uns denn? Mal weiter beziehen, verbessern. Die müssen wir uns noch ein bisschen warm halten. Das ist bitte Moldavien frei. Bitte. Okay. So, da warten wir noch eins. Die Option passt noch. Da warten wir auch noch auf das. Genau. Und das da. Sehr schön. So, wir haben gleich mal bessere Truppen. So, hier geht's auch gut. Ich hoffe, du machst jetzt Ansprüche auf Bosnien. Mal abberufen. Wir können mal eine Staats-Ehe machen. Ein bisschen festigen das Ganze. So, wie schaut's da aus? Uh, ein bisschen nachstärke. Sehr schön. Ah, wie schaut's denn da aus? Haben wir eigentlich genug? Machen wir das mal so. Ein bisschen verbessert das Ganze. Uh, Krim ist etwas geschrumpft. Schafft ihr es heute noch? Wie schaut das aus? Ah, Litauen. Ralerweise sehe ich gerade. Das könnte ein Problem werden. Und noch mehr Truppen. Ja, eine geht noch. Hm. Sollen wir mit Karaman ein Bündnis machen? Das ist die Frage. Dann werden die Osmanen da unten weiter geschwächt. Und Karaman hat ein Bündnis? Nee. Nur den. Und die sind mit Osmanen verbündet. Und die gehen da schon mal nicht weiter. Kann der Haar werden sie als nächstes angreifen wahrscheinlich? Oder mich. Wenn es dumm läuft. Oh, gegen Ungarn haben sie auch ein Kriegsziel. Ah, jetzt. Dann gehen wir mal da rüber. Was? Oh, oh. Nicht gut. Oh. Oh. Da warten wir mal noch. Oh. Oh. Dann nehme ich selber noch Kriegfühle. Wir werden uns wohl kaum angreifen. Hoffentlich doch zumindest. So. Dann greifen wir mal wieder an. Oh. 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 Well, come schon. Nicht erwischen. Haut lieber ab. Okay. Mal aufsplitten. So, wir gehen da hin, wir gehen da hin. Oh, die laufen direkt zur Hauptstadt rüber, das ist schön. Mal sammeln da. Ich glaube, ich habe die besseren Belagungsanführer. Wir gehen mal da rüber. Oh, hallo Bruder Chung. Ja, ich versuche es nochmal und diesmal sieht es besser aus. Oh, sie wurden freigelassen. Sehr geil. Haha. Wer holt ab? Ah, ich hau halt nicht ab. So, Bosnien. Give me your land, nö. Hm. Dann noch nicht. Jetzt angreifen oder nie, ha? Die Armee. Moldanien. Ja, ich habe richtig Dusel gerade. Also, die haben keine Truppen. Ja, Danzig ist nicht gekommen. Dann hat Polen den deutschen Orden angegriffen. Hat eine Koalition bekommen und die haben auch nur ein Bündnis mit Litauen. mit denen ich jetzt auch ein Bündnis habe. Das nennt man auch strategische Planung. Hm. So, jetzt greifen die da hier wieder an. Doppelkeit besser. Doppelkeit besser. Untertitelung des ZDF, 2020